Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum JavaScript Tutorial. Heute möchte ich euch nur ein paar Sachen zeigen, die ihr wahrscheinlich für irgendwelche Berechnungen mal brauchen werdet. Wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Browser-Game schreiben wollt oder sowas, dann werdet ihr da nicht drum rum kommen und deswegen zeige ich euch das einfach mal. Im Prinzip werdet ihr da selten drum rum kommen, deswegen, ja, wird aber relativ leicht heute. Wir können diese ganzen Schleifengeschichten einfach mal weglassen und uns nur auf diesen Alert hier unten stürzen und da einfach mal drin rumschreiben. So, math.random ist das Erste, was ich euch zeigen möchte. Hier werden sie übrigens bei mir gerade schon gezeigt. Wie gesagt, ich benutze Bluefish, also die Software Bluefish, finde ich eigentlich ziemlich geil. Kann man ruhig ein bisschen Werbung dafür machen. Ist auch kostenlos, deswegen umso besser. Okay, wie meine Videos übrigens auch. Okay, math.random liefert uns eine zufällige Zahl und die können wir dann einfach weiter benutzen. Also, math.random wird immer zwischen 0 und 1 sein. Achtung, 0 inklusive, 1 exklusive. Das heißt, ihr werdet niemals eine 1 bekommen und manchmal, ganz, ganz selten, werdet ihr auch mal eine 0 bekommen. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann wird hier einfach irgendeine zufällige Zahl ausgegeben. Also, ihr seht, hier sind relativ viele Zahlen. Jetzt ist wahrscheinlich jedes Mal übrigens eine andere. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage von euch, wie kriege ich hier dann tatsächlich eine Zahl zwischen 100 und 200 raus zum Beispiel. Okay, wenn ihr eine Zahl zwischen 100 und 200 haben wollt, dann habt ihr einen Bereich von 100, der euch interessiert. Das heißt, ihr wollt Zahlen, die 100 mal so groß sind. So, jetzt kriegt ihr Zahlen von inklusive 0 bis exklusive 100 raus. Okay? Weil ich habe jetzt hier alles mit 100 multipliziert. Die 0 war davor dabei, die 1 nicht. Das heißt, zwischen 0 und 100 sind eure Zahlen jetzt. Naja, was machen wir, wenn wir zwischen 100 und 200 sein wollen? Dann rechnen wir hier hinten einfach noch plus 100 drauf. Und dann haben wir insgesamt Zahlen von 100 inklusive bis exklusive 200. Kann natürlich immer noch eine sehr, sehr gebrochene Zahl sein. Das heißt, wir werden nicht genau 110 oder sowas kriegen, sondern zum Beispiel 112,423716 und so weiter und so fort. Okay, das heißt, so bekommt ihr Zahlen zwischen 100 und 200 und zwar sehr, sehr zufällig. Also, ziemlich zufällig. Jetzt nehmen wir aber mal an, ihr wollt ganze Zahlen haben. Naja, was machen wir dann? Dann runden wir. Das heißt, wir runden math.round ist eure Funktion, die ihr dann sucht. Und Vorsicht, math.round sollte erst danach angewandt werden. Denn math.round auf eine Zahl zwischen 0 und 1 wäre ziemlich langweilig. Dann kommt nämlich entweder 0 oder 1 raus. Aber wenn ihr das Ganze dann auch multiplizieren wollt mit 100, dann bringt euch das relativ wenig. Aber so wie wir es jetzt gemacht haben, kriegen wir eine zufällige Zahl zwischen 100 und 200 raus. Eine ganze Zahl. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. 145, super. 121 und so weiter und so fort. So könnt ihr zum Beispiel einen Würfel modellieren für euer Spiel oder was auch immer ihr machen wollt. Ziemlich cool. Also, einen Würfel logischerweise nicht von 100 bis 200 bitte, sondern von 1. Also hier plus 1 rechnen, dann kommt ihr nicht mal bei 0 raus. Bis eben zu 6 hin. Das heißt, ihr müsst hier dann mal 5 machen, glaube ich. Ja. Und dann halt runden. Okay. Andere Sachen. Zum Beispiel wollt ihr mal das Maximum oder das Minimum rausfinden. Dann können wir zum Beispiel hier uns das hier mal rausschreiben. In eine andere Variable rein speichern, weil wir jetzt so langsam wird es unübersichtlich. Also, war x gleich erster Zufall und war y ist der zweite Zufall. Das liefert uns ja jedes Mal ein neuer Zufall. Also, obwohl hier dasselbe steht. Wir kriegen zwei komplett unterschiedliche Zahlen, weil die ja zufällig sind. Und wenn wir jetzt uns das Minimum oder das Maximum raussuchen. math.min bzw. math.max wäre das andere. math.max, so. Dann können wir hier einfach diese beiden Zahlen x und y reinpacken und wir kriegen das Minimum bzw. Maximum raus. In unserem Fall jetzt gerade das Maximum. 178 war unsere größere Zahl. 171 jetzt die größere. 179 jetzt die größere. Und ihr seht, wir sind im Durchschnitt eigentlich immer über 150. Denn wir haben hier zwei Zahlen und die Wahrscheinlichkeit, dass eine größer als 150 ist, ist 50% für eben eine davon. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide oder dass beide kleiner als 150 sind, die ist nur ein Viertel. Das heißt, wir haben hier relativ wahrscheinlich, also mit 75% Wahrscheinlichkeit eine Zahl, die größer als 150 ist. Okay. Ja, Ziel möchte ich euch auch noch zeigen. Ziel ist aufrunden. Also Ziel. Math.ziel rundet mir auf. Zum Beispiel meine Zahl x, dann wird dann eben statt eine Zahl zwischen 0 und 1 exklusive, wird dann eine Zahl zwischen, im Prinzip, ja, halt aufgerundet einfach. Ich glaube, ihr wisst, was aufgerunden ist. Ich kriege immer die größere Zahl. Hier war jetzt halt gerade meine Zahl 100. Das heißt, oder 100, irgendwas. Gut, okay, hat jetzt relativ wenig Sinn gemacht, weil wir hier schon math.ground ausgegeben haben. Aber ja, gut, und analog, Floor rundet mir immer ab. Also bei einer Zahl von 0,99999 kriege ich mit math.floor auch eine 0 raus. Wohingegen ich mit einer Zahl von 0,0001 bei Ziel eine 1 rausbekomme. Okay? Super. Hin und wieder werdet ihr auch mal in die Verlegenheit kommen, dass ihr irgendwie, ähm, ja, E braucht. Also die Zahl E, die Eulersche Konstante, oder Pi, die kriegt ihr dann über math. Und jetzt, Achtung, Vorsicht, beides großgeschrieben, math.pi großgeschrieben, liefert euch Pi zurück, 3,14159, bla bla bla. Wohingegen, ähm, euch math.e, das kann man gerade nicht lesen, jetzt math.e, liefert euch eben diese 2,718, bla 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 zurück. Okay. Das ist so ziemlich alles, was ihr an Mathe vermutlich brauchen werdet. Ansonsten schreibt mir oder lest euch irgendwelche Dokumentationen durch. Da gibt es wahrscheinlich genug. Achso, potenzieren habe ich ganz vergessen. Ha! Potenzieren ist natürlich auch sehr wichtig. Ähm, und zwar potenzieren tut man mit der Funktion POW. Also POW, also POW, und jetzt brauchen wir als erstes logischerweise den Wert, ähm, die Basis sozusagen, also x hoch y steht hier. Also math.pau ist auch wieder eine Funktion, x hoch y. So, ähm, sieht folgendermaßen, ups, ah, ja, natürlich, mal wieder die Klammer nicht zugemacht, es verarscht mich immer wieder. Okay, ähm, jetzt kriegen wir hier eben, okay, x hoch y war vielleicht eine schlechte Idee hier. Ihr seht ja auch gleich die zweite Anzeigemöglichkeit, wenn hier e plus 227 steht, dann ist es ungefähr sowas wie 10 hoch 227 mal 8,40, also eine verdammt hohe Zahl, eine 10, äh, eine 8,40 bla 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 mit 227 Stellen hinten dran noch, bis es mal hinter das Komma geht. Okay, okay, sehr hoch. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr schreibt fürs Potenzieren x und dann mal mal y. Allerdings funktioniert das nicht in jedem Browser, beziehungsweise, was heißt nicht in jedem Browser, ihr seht es, bei mir funktioniert es auch gerade nicht. Ähm, wir brauchen dazu noch ein spezielles Extrascript, deswegen benutzt es einfach nicht, benutzt einfach die POW-Funktion. Die funktioniert tatsächlich und die ist auch mehr als ausreichend gut. Ähm, braucht man jetzt nicht irgendwie die kurze Schreibweise für dieses eine Teilchen so oft, werdet ihr wahrscheinlich auch nicht potenzieren. Okay, dann war es das wahrscheinlich schon wieder für heute mit den Mathe-Sachen. Und ja, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.